Petrus Alfonsi war ein spanischer Arzt und der Verfasser der Discipline Eclericales. Sein ursprünglicher jüdischer Name war Moses Cephadi. Er war zunächst Rabbiner und nahm nach seiner Taufe im Jahre 1106 den christlichen Namen Petrus Alfonsi an. Wobei er dem Namen des Apostelfürsten den Namen seines Taufpaten, König Alfons I. von Aragon, hinzufügte, dessen Leibarzt er war. Er verfasste naturwissenschaftliche und theologische Schriften, darunter den Dialogus, ein fiktives Gespräch zwischen einem Christen und einem Juden, das sich mit dem Verhältnis der beiden Religionen befasst und sich dabei gegen den Talmud wendet. Sein wohl bekanntestes Werk ist jedoch die um 1115 verfasste Discipline Eclericales. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von kurzen novellenartigen Erzählungen und Fabeln, die in Verbindung mit Sentenzen und Vater-Sohn Dialogen zur Illustration menschlicher Verhaltensweisen dienen sollen. In jüngster Zeit haben diese kurzen Geschichten wegen ihres recht einfachen Lateins in adaptierter Form Eingang in den Lateinunterricht der deutschen Gymnasien gefunden und dienen dort nach Abschluss der Lehrbucharbeit als mögliche Anfangslektüre oder Übergangslektüre. 1142 begann er auf Anregung von Petrus Wenerebillis gemeinsam mit den Mönchen Hermann von Kerentier und Robert von Ketten sowie Mohammed dem Sarrazenen mit der Übersetzung des Korans ins Lateinische. 1143 war das Werk abgeschlossen. 843 Und 1844 2 2 3 Vielen Dank.